Das 25-jährige Eishockey lassen Spuren im Körper. Meine Knie sind nicht mehr die jüngsten. Wenn ich stiegen gegangen bin, konnte ich sie nur verkehrt, also im Rückwärtsgang hinuntergehen. Ich muss sagen, ich bin in dieser Richtung ein bisschen ein skeptischer Mensch. Man muss mich überzeugen. Ich habe dieses BEMA-System probiert. Es hat sich mein Gesundheitszustand wahnsinnig verbessert. Ich kann beim Rad von Gas geben, die Knie tun nicht mehr weh. Ich bin froh darüber, dass ich praktisch wieder Sport ausüben kann, fast so wie früher. Und aus dem Grund benütze ich natürlich das BEMA-System ständig.